Es war einmal eine Prinzessin, die lebte in einem fernen Land. Doch eigentlich war sie gar keine richtige Prinzessin. Ja, ja. Oh, Prinzessin. Das sagen die anderen. Mhm. Seht doch selbst. Ihr werdet niemals eine richtige Prinzessin sein. Wenn du dich nicht zusammenreißt, dann stecke ich dich in das Prinzessinneninternat. Was? Ich! Geh weg! Seht ihr, Prinzessin? Ich habe schon einen Plan. Ich mache einfach das, was die hier drin gemacht haben. Und wenn ich auch in einem Märchen vorkomme, werden mich auch alle toll finden und keiner meckert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das eurem Vater gefällt. Hast du ihr das wieder eingeflüstert? Niemals. Der Wolf. Ja, klar. Aha. Ich brauche die röteste Mütze, die es im ganzen Königreich gibt. Das Märchen von der Prinzessin mit der größten Kante. Denkt du das Gleiche wie ich? Das glaube ich kaum. Das ist es doch. Das klappt ganz bestimmt. Hoffentlich hört das euer Vater mit. Ja, was ist denn hier los? Der Frosch sagt ja selbst, dass sie ihn küssen soll. Ja, wenn der Frosch das sagt. Das Märchen von der Prinzessin, die unbedingt in einem Märchen vorkommen wollte. Demnächst im Kino. Aha. Jetzt habe ich es. Oh nein, Prinzessin, bitte. Au! Au!